Grüß euch alle miteinander zu Winningers Wirtshausweisheiten vor dem Hormspur gegen die SV Elversberg. Elversberg kommt mit leicht stotterndem Motor nach Giesing. Aus den letzten drei Spielen hat Elversberg die gleiche Punktausbeute wie die Löwen, nämlich zwei. Das heißt, auch Elversberg hat eine leichte Formkrise im Moment. Ob uns das in die Karten spielt oder nicht, werden wir erst am Dienstagabend sehen. Was können wir von den Elversbergern erwarten? Normalerweise spielen die Elversberger eine 4-4-2-Formation mit der Doppelsex, die allerdings sehr, sehr, sehr offensiv interpretiert wird. Im Hinspiel haben sie uns mit einem 3-4-3, also 3-4-2-1, überrascht. Die Überraschung wird ein zweites Mal nicht gelingen, deswegen denke ich mal, dass sie mit dem gewohnten 4-4-2 antreten. Der Horst Steffen, Trainer von den Elversbergern, setzt darauf, dass wirklich die komplette Breite des Spielfelds ausgenutzt wird. Das heißt, im Positionsspiel läuft der Ball oft über mehrere Stationen sehr schnell von Flügel zu Flügel. Das führt dazu, dass die Abwehrspieler des Gegners aus ihren Positionen gezogen werden. Und aufgrund des hohen Spieltempos, das Elversberg an den Tag legt, reißen die da riesige Lücken in die Abwehrketten, wo dann eben Spieler nachrücken können und in die Lücken reinstoßen. Und so erspielt sich Elversberg seine massenhaften Torgelegenheiten. Aus der tiefen Staffelung, wenn die Gänger am Ball stehen, schiebt sich, wenn sie den Ball gewinnen, der Außenverteidiger auf der linken Seite oder auf der rechten Seite nach vorne, dass sie zuerst asymmetrisch einen 3-5-2 herstellen. Der Außenverteidiger, der zuerst nach vorne geht, fungiert dann als Schienenspieler. Das heißt, der Mittelfeldspieler auf seiner Seite auf dem Flügel kann auf die Haltposition einrücken. Und so entsteht dann ein offensives 3-4-3 flach, wenn der Angriff dann weiter ins gegnerische Territorium vorgeht. Diese ganzen schnellen Verschiebungen, die Elversberg da an den Tag legt, bringt für den Gegner oft Zuordnungsschwierigkeiten und somit eben auch wieder Torchancen für die Elversberger, die es dann auf engstem Raum schaffen, Lücken zu finden, wo sie dann die freien Leute in der Box finden und anspielen. Elversberg schießt am zweithäufigsten und hat dazu noch die höchste Schussgenauigkeit in der Liga. Das führt im Endeffekt dann dazu, dass sie mittlerweile sehr, sehr souverän da vorne ihre Kreise an der Tabellenspitze ziehen. Gegen am Ball stehen die Elversberger im eigenen Drittel konsequent mit beiden Ketten tief. Das Pressingverhalten ist normalerweise nicht allzu aggressiv. Werden zwar durchaus Aktionen gesetzt, aber die sollen eher stören, um fehlerhafte Zuspiele zu provozieren, als dass die aus direkten Ballgewinn ausgelegt werden. Also wir pressen da eher im Raum als Gegernmann. Wie kann man die Elversberger knacken? Da die Staffelung und das Stellungsspiel Gegernboy bei den Elversberger wahnsinnig effektiv sind und die Statistiken bei gewonnenen Zweikämpfen und abgefangenen Pässen auf wahnsinnig hohem Niveau, braucht man einen klaren Plan, damit man da was reißen kann. Es ist ja doch auch so, dass die Elversberger in den 26 Spielen bisher erst 23 Gegentreffer gekriegt haben und da hat nur die Zweite vom Freiburger bessere Bilanz. Von daher gegen Elversberg Tore schießen wird verdammt schwer. Wie kann es gelingen? Schnelles Kombinationsspiel über die komplette Breite des Feldes im Prinzip, wie Elversberg das ausmacht. Damit kann man die Formation auseinanderziehen, die dann den Weg zum Tor öffnet. Die zweite Möglichkeit, wie man die Elversberger in Bedrängnis bringen kann, ist ein präzises vertikales Spiel in Umschaltmomenten. Da kann man die von Elversberg stark überladene Offensive auf den falschen Fuß erwischen. Wenn die im Geschehen hinterherlaufen müssen, dann kommt es auf die Restverteidigung und den Torwart an. Ob die bei genau ausgespielten Kontern das dann auf Dauer hinten halten können, werden wir sehen. Dazu müssen wir selber erst einmal genau ausgespielte Konter auf den Rasen bringen. Die Elversberger haben obendrein eine relativ klein gewachsene Innenverteidigung, also könnte man davon ausgehen, dass wenn Angriffe bis ins letzte Drittel durchgehen, hohe Flanken auch eine gute Waffe sein können. Und selbst wenn die dann geklärt werden, kann es sein, dass es eher ungenau ist und somit verwertbare zweite Bälle oder Eckstöße für 60 dann drin sein. Gegen am Ball wird es so sein, dass vor allem die offensiven Mittelfeldspieler von 60 tatsächlich wirklich viel mit nach hinten arbeiten müssen, weil dadurch, dass Elversberg die Offensive wahnsinnig überlädt und das Spiel so dermaßen in die Breite und die Defensive vom Gegner auseinanderzieht, ist das eines der wichtigsten, beziehungsweise einer der wichtigsten Faktoren, dass da wirklich jeder mit nach hinten arbeitet und in den Schnittstellen, die sich dann durch diese großen Lücken, die Elversberg da reißt, ergeben müssen, müssen die offensiven Mittelfeldspieler der Löwen zur Verteidigung, zur Hilfe kommen. Elversberg schießt im Schnitt mehr als zwei Tore pro Spiel. Das heißt im Umkehrschluss, dass 60 mindestens zweimal treffen muss, damit es überhaupt zu einem Punktgewinn reicht. Ob der dann einfach oder dreifach ist, da sind wir am Abend dann schlauer. Und grundsätzlich halte ich es für vermessen, einen Sieg zu erwarten. Stärken und Schwächen vom System entnehmt bitte der Taktiktafel, die ist seit Montag, nicht seit Montag, Blödsinn, ab Dienstag 11.45 Uhr online, natürlich bei 60er.de. Damit wären wir dann auch schon bei den Schlüsselspielern. Haben wir einmal im Tor den Nikolaus Christoph. Der wirkt mit seinen 23 Jahren eigentlich noch relativ unerfahren. Andererseits kann der bereits auf 135 Ligaspiele im Erwachsenenbereich zurückblicken. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig in dem Alter. Der hat überragende Reflexe, die Elversberg schon den ein oder anderen Sieg gerettet haben. Und auch in der Strafraumbeherrschung und im 1 gegen 1 ist der Christoph schon brutal weit. Wenn es hinten bei Elversberg schäbert, ist normalerweise die Innenverteidigung schuld. Wenn man sich nicht gerade an Konter gefangen hat. Aber wie gesagt, der Torwart ist super stark. In der Innenverteidigung der Schlüsselspieler ist ein ehemaliger Bundesliga-Profi, Marcel Coria. Der verliert kaum einen Zweikampf gegen einen Ball. Hat da um Nuancen nicht die 80% in der Zweikampfbilanz. In der Spieleröffnung auf den kurzen Wegen spielt er sehr präzise Pässe. Obwohl er eher durchschnittliche Größe von nur 1,86 Meter hat, ist der Coria wegen seinem guten Timing als Spieler, der auch in der Box dann die Oberhand in Luftduellen behält. Im Mittelfeld, also in der Mittelfeldzentrale, haben wir zwei Spieler, die man erwähnen muss. Einmal den Tori Jakobsen und einmal den Luca Dürholz. Jakobsen im Prinzip der tiefe Sechser, Dürholz der Box-to-Box-Spieler. Die agieren gegen am Ball, meist auf gleicher Höhe, sobald die vordere Kette etabliert ist und halten ans Zentrum sauber. Der Jakobsen ist ein richtiger Ballmagnet, der wahnsinnig viele Pässe abfängt. Im Spiel nach vorne ist der Dürholz dafür ein Unruheherd, der beackert werden muss, damit er einen Spaß am Spielen verliert. Wenn der Jakobsen eine Möglichkeit sieht, nach vorne zu gehen, geht der mit vor. Die Offensive ist bei Elversberg einfach das Credo schlechthin. Und mit neun Scorer-Punkten, fünf Tore, vier Assists, sieht man auch, dass der Jakobsen einer der offensiv gefährlichsten defensiven Mittelfeldspieler ist. Noch gefährlicher ist der Julian Rochelt, eigentlich ein gelernter linker Außenstürmer, wird in der Systematik 4-4-2 allerdings auf der linken Mittelfeldseite aufgeboten. Sein Drang, trotzdem aufs Tor zu gehen, kann und soll er auf jeden Fall weiterhin nachgehen. 22 Scorer-Punkte, also elf Tore, elf Vorlagen, wahnsinnig hohe Passgenauigkeit, super Dribbelstark und eine Schussgenauigkeit, die in der Liga ihresgleichen sucht. Damit ist er einer der besten Offensivspieler der Liga in der Statistik nicht ganz auf Platz 1 von dem, was er leistet, für mich schon sehr, sehr nah dran. Und dann haben wir im Sturm einmal den Lukas Schnellbacher, der hat mittlerweile zwölf Treffer auf dem Konto und vier Assists, war zwischendrin auch einmal eine Zeit lang verletzt. Von daher sind diese Werte noch höher einzuschätzen, als sie sowieso schon rüberkommen. Er ist ein Spieler, der sich, wie er selbst sagt, oft einmal leicht provozieren lässt, allerdings offensichtlich nicht so tragisch. Er ist ein absolut kompletter Stürmer, gegen den Ball auch nicht zu schade mitzuhelfen und weite Wege zu gehen. Und zu guter Letzt spielt da vorne noch ein 1,98 Meter großer Nick Woltemade, Leihspieler von Werder Bremen. Der ist neben dem Schnellbacher mit sechs Treffern und neun Assists nicht unbedingt weniger gefährlich. Fazit Tja, vor einem Spiel gegen so einen souveränen Tabellenführer, der zwar seit drei Spielen auf einen Sieg wartet, aber auch ein Punktepolster hat, das mit diesem kleinen Durchhänger nicht für Panik sorgt, kann man nur sagen, wir haben nichts zu verlieren, packen wir so, spielen wir offensiv, wenn die Leistung nach vorn, wie gegen Duisburg ausschaut, ähnliche Chancen überlegter genutzt werden und alle elf Leute auf dem Platz tatsächlich konsequent, konzentriert mit zurückarbeiten. Wenn es gegen den Ball geht, dann bin ich fest der Überzeugung, können wir gegen Elversberg mindestens einen Punkt holen. Ob es zum Meer reicht, da muss man wirklich dann sagen, es hängt vom Einsatzwillen und der Konzentration gegen den Ball ab. Solche Fehler, wie wir uns am Samstag gegen Duisburg geleistet haben, die Duisburg dann nicht bestraft hat, wird Elversberg eiskalt bestrafen. Von daher, solche Aussetzer dürfen einfach nicht mehr passieren. Ich gehe grundsätzlich, wie in den meisten Spielen seit der Winterpause, ohne irgendeine Erwartungshaltung an dieses Spiel und ich hoffe darauf, dass uns die 60er vielleicht einmal wieder positiv überraschen. Ich wünsche jedem, der morgen im Stadion ist, viel Spaß. Die, die mich kennen, werden mich dann eh sehen. Des Weiteren eine schöne Woche und das nächste Mal hören wir uns dann, bevor es gegen Aue geht. Fiat euch!